Die Turbolader-Drehzahl. Was mache ich mit dieser Zahl? Wofür brauche ich die Zahl und was bedeutet diese Zahl? Die Turbolader-Drehzahl ist erstmal ein Wert, den ich zusätzlich zu Werten wie Ladedruck oder Lambda-Wert abnehmen kann. Ladedruck, Lambda-Wert sind so Basiswerte, die sollte ich immer irgendwie haben, im Auge haben. Und auch so was wie die Abgastemperatur sollte ich immer im Auge haben. Jetzt kommt mehr und mehr dieses Thema Turbolader-Drehzahl. Und jetzt sagen viele, was soll ich denn damit? Ich bin ja kein Abstimmer etc. Was soll ich mit dieser Turbolader-Drehzahl überhaupt anfangen? Und was zeigt mir diese Turbolader-Drehzahl überhaupt und wie kann ich die verändern? Zunächst einmal, beeinflussen kann ich die Turbolader-Drehzahl so direkt erstmal nicht. Sie ergibt sich aus der Abgasmenge, die der Turbolader bekommt und dementsprechend schnell dreht sich die Turbine und dementsprechend schnell dreht sich der Turbolader, völlig klar. So ein bisschen kann ich das bauartbedingt beeinflussen und vielleicht noch ein bisschen durch Verbrennung, Zündung etc. bei der Abstimmung. Da bin ich jetzt nicht der Super-Experte, aber wenn ich da was beeinflussen kann, dann nur ganz marginal. Und es ist so, dass ich durch falsche Bauweise von einem Krümmer oder Hosenrohr oder Ladeluftkühler etc. diese Zahl negativ verändern kann. Das heißt, in erster Linie muss ich die Turbolader-Drehzahl überwachen und prüfen, ob die richtig ist. Überwachen kann ich das Ganze mit Anzeigen, wie zum Beispiel hier von Gerrit eine analoge Drehzahlanzeige. Die zeigt mir relativ schön per Zeiger analog die Drehzahl an. Es gibt elektronische Lösungen für Borg-Warner Turbolader, zeigt mir dann auch als Zahl die Drehzahl an. Oder ich nutze, wie von CanCheck, die Multifunktionsanzeigen, die mir alle möglichen Werte anzeigen und auch die Turbolader-Drehzahl anzeigen können. Im Übrigen, ganz kurz zur Info, so eine Gerrit-Anzeige kann auch die Drehzahl eines Borg-Warner Turboladers anzeigen. Das sind einfach nur Einstellungsfeatures. Gemessen wird die Turbolader-Drehzahl über einen Sensor. Hier in dem Fall die Variante von Gerrit. Die Variante von Borg-Warner habe ich aus irgendwelchen Gründen gerade nicht da. Funktionieren im Prinzip immer gleich. Ist glaube ich über Induktion. Misst hier vorne ein Sensor in der Spitze, wie oft die Schaufel an diesem Sensor vorbeisaust. Man muss dann der Anzeige oder dem Gerät, womit man das auch immer auswerten möchte, sagen, wie viel Schaufel dieser Turbolader hat. Und daran lässt sich relativ einfach ausrechnen, wie oft dreht sich jetzt dieser Turbolader in der Minute. Und ohne Anzeigen geht das Ganze auch über viele freiprogrammierbare Steuergeräte oder auch solche Multifunktionsanzeigen wie CanCheck. Die können das auch ohne Anzeigen zum Beispiel Schwellwerte setzen und dann kann ich einen Alarm auslösen oder was auch immer ich brauche, um gewarnt zu werden, wenn irgendwas nicht passt. Jetzt kommt der Punkt, woher weiß ich, welche richtige Turbolader Drehzahl ich überhaupt habe und woher sehe ich das? Das würde ich euch ganz gerne einmal kurz an so einer Kompressormap erklären, ganz kurz auf die Kompressormap eingehen und da das Thema der Drehzahl nochmal mit auffassen. So, ich habe hier eine Kompressormap, ganz klar, von einem EFR 6258, ja genau. Und mal ganz kurz erklärt für die Leute, die sich die mit der Kompressormap nicht so richtig auskennen. Ich habe hier auf der linken Seite das Pressure Ratio, also den Ladedruck bzw. das Druckverhältnis und dieser ist immer im Absolutwert angegeben. Das heißt, wenn ihr hier unten guckt, das ist 1 Bar, da geht praktisch das Diagramm los. Warum geht es da los? Weil wir haben 1 Bar Luftdruck immer ungefähr. Standard Luftdruck sind 1013 Millibar, glaube ich. Und das geht so ein paar Millibar hoch und runter, je nach Wetterlage. Im Turbolader-Bereich wird alles als absoluter Druck gemessen, deswegen sehen wir hier in diesem Diagramm einen absoluten Druckwert. Ganz einfach gerechnet, immer 1 Bar abziehen, habt ihr den Ladedruck. Das ist die einfachste Herangehensweise der ganzen Sache. Und dann habe ich hier unten ein Diagramm bzw. die X-Achse des Diagramms. Die zeigt mir den Flow an, das heißt die Luftmasse, die durch diesen Kompressor, also durch den Verdichter durchfließt, in LB pro Minute, also Pfund pro Minute Luftmasse. Das kann man jetzt umrechnen, da gibt es irgendeinen Umrechnungsfaktor. Weil ich würde mal ganz grob sagen, ich glaube 10,5 oder sowas. Und dann kann man so ungefähr sagen, das ist die Luftmasse, die als Leistung resultiert. Also ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen, sondern für euch ganz laienhaft rechnet diese Zahl da unten mal 10. Und dann habt ihr ungefähr die Leistung, die der Turbolader dann entwickelt. Das heißt, wenn hier unten eine 30 steht, dann sind das 300 PS. Und dann kann ich relativ einfach sagen, diese 300 PS sind hier zu erreichen in einem Ladedruckbereich von 1,5 Bar, also 0,5 Bar Überdruck, bis zu den 3,5 Bar, das heißt 2,5 Bar Überdruck. Das heißt, um eine Leistung von 300 PS mit diesem Turbolader zu erreichen, muss ich ungefähr zwischen 0,5 und 2,5 Bar Ladedruck sein. Ist eine sehr weite Spanne, ist auch ein bisschen merkwürdig. Und dann gibt es diese Linien hier, die immer mit so einer kleinen Faktorzahl verknüpft sind. Das ist sozusagen der Effizienzwert des Verdichters. Umso höher dieser Wert ist, umso effektiver arbeitet der Turbolader im Verhältnis Drehzahl, Temperaturentwicklung etc. Das heißt, der beste Bereich, um diese 300 PS zu fahren, ist hier in diesem Segment in der Mitte. Das heißt, ich bewege mich jetzt hier nur noch bei ungefähr 1,2 bis 1,4 Bar. Will ich also mit einem effizienten Turbolader fahren und ungefähr 300 PS aus diesem Turbolader rausholen, sollte ich mich in einem Ladedruckbereich von 1,2 bis 1,4 Bar bewegen. Und dann sollte ich, und es gibt dann diese dicken Linien hier, ungefähr eine Turbolader Drehzahl von 124.000 Umdrehungen pro Minute haben. Kilo heißt Tausender Schritte und das RPM, witzig, muss ich glaube ich kann mal klären, Rounds per Minute, also Drehzahl. 124.000 Umdrehungen ist der effektive Verlauf der Drehzahl bei einem Ladedruck von 1,3 Bar. Ziel ist es also, die Drehzahl des Turboladers mit dem Ladedruck und der entsprechenden herauskommenden Motorleistung abzugleichen. Ich habe jetzt meinen Zielwert, wir sagen jetzt mal, wir fahren mit 2 Bar Ladedruck, das ist dann hier in dieser Linie. Und bei dem Auto kommen dann auf den Prüfstand, sagen wir mal, die 350 PS raus. Dann sind wir hier in einem wunderbaren Bereich von dem effizienten, obersten effizienten Punkt des Turboladers. Sollte die Drehzahl 148.000 Umdrehungen haben. Hat der Turbolader jetzt eine niedrige Drehzahl oder eine höhere Drehzahl, dann passt was nicht. Dann bewege ich mich in diesem Verdichterfeld nicht genau an dem Punkt, wo ich mich bewegen soll, sondern irgendwo anders. Und dann laufe ich Gefahr, dass ich zum Beispiel mit einer höheren Drehzahl den Turbolader überdrehe. Habe ich eine geringere Drehzahl, habe ich irgendwo einen Fehler im System und es kann dazu kommen, dass irgendwo ein zu hoher Staudruck gebildet wird, dass irgendwas nicht funktioniert oder früher oder später dann Komponenten kaputt gehen, das Lager beeinträchtigt wird oder was auch immer. Die häufigste Ursache für Überdrehschäden sind Löcher im Ladeluftsystem. Sowas kommt oft schleichend und unbemerkt, würde ich aber sofort bemerken, wenn ich eine Turbolader Drehzahlanzeige habe und auf einmal merke, irgendwas stimmt nicht, ich habe doch sonst 150.000 Umdrehungen, warum habe ich jetzt 180? Dann habt ihr sofort eine Information, da stimmt was nicht. Weil den Ladedruck, den wird der Turbolader versuchen weiter aufzubauen, er muss aber schneller drehen, um da hinzukommen. Und ihr habt eine weitere Warnfunktion oder ihr könnt euch eine Warnfunktion bauen oder zumindest einen weiteren Indiz, der euch sagt, läuft mein Turbolader optimal oder eben nicht. Für diejenigen, die sich damit gar nicht so tief befassen wollen, da kann ich immer nur empfehlen, sprecht mit eurem Abstimmer, dass er auch die Turbolader Drehzahl berücksichtigt. Kauft euch eine Anzeige oder kauft euch einen Sensor zumindest oder sprecht mit eurem Abstimmer, ob er einen Sensor hat und das Ganze damit abstimmen kann. Für eine Abstimmung ist sowas total super. Und für diejenigen, die gar nicht mal so stark darauf achten wollen, entweder ihr habt ein frei programmierbares Steuergerät mit Warnsystem oder ihr greift zu einer Can-Check-Anzeige, wo ihr einfach einen Schwellwert angeben könnt und sagen könnt, warn mich, wenn die Drehzahl den und den Wert erreicht hat. Und so seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr nicht einen Schaden erleidet am Turbolader, den ihr eigentlich vermeiden könntet. Zusammenfassend heißt das, die Turbolader Drehzahl kann kaum beeinflusst werden. Sie sollte aber auf jeden Fall im Blick behalten werden und wir können nur empfehlen, auch darauf zu achten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns direkt an. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns den Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert, um weitere Videos zu diesem Thema zu sehen. Bis zum nächsten Mal.